Einfach Null Damage zu machen im Krieg. Ein Schuss, ein Horn. Ein Schuss, ein Horn. Ja. Ja, schmeiß Schleifsteine, Buffhut, Weihrauch, ich kriege ganz viel Spaß. Ich bin wirklich auf 180 Grad. Wirklich. Die Brüste. Ja, ist schön. Also okay, Sammy geht runter. Ich gehe definitiv mit dem Zerk mit. Ich bleibe da nicht auf der Mauer stehen. Dann bin ich ja so hart just. Schaku, du? Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch kein Bock auf der Mauer zu stehen eigentlich. Ja, ansonsten viel Spaß. Ja, danke. Ich habe sogar hier den Chatverlauf. Kein Wunder, dass die Krieg verlieren ohne Ende. Hey, habt ihr einen Platz in der Mosketentruppe? Nein, du würdest dann sonst mit in die Gruppe. Wir würden unsere Gruppe trotzdem auf jeden Fall vollkriegen. Kein Problem. Ja genau, er ist Muskete main und würde dann lieber mit auf die Mauer zusätzliches Schaku angemeldet und mit ihm würden wir unsere Gruppe dann voll machen. Du hast eine Kronen und könntest jetzt wild verschieben. Ja, ich weiß, den Platz in Gruppe 6 kriege ich nicht voll. Da schiebe ich schon die ganze Zeit Leute rein, aber die floppen da immer raus. I don't know. Boah, ich kann nicht mehr. Sind wahrscheinlich alle offline. Die Hermine wollte unbedingt mit. Ja, dann zieh Hermine rein. Aber die kriege ich auch nicht da rein. Mach ich überhaupt Buffhut rein, wenn ich in der Kanone sitze? Ich habe es schon reingemacht. Also bei mir wäre es halt wirklich hart recht. Also ich buffh mich komplett durch und ich gehe auch mit dem Zerk mit. Ich lasse mich hier überhaupt nicht. Also ich kippe, ich stelle mich nicht an die Kanone. Also beim besten Willen nicht. Nein. Okay, hier ist Sammy. Der ist aus seiner Kanone. Ich gehe glaube ich mal an die Kanone am Anfang. Ein Punkt, der wichtig ist, pusht sich nicht so weit. Ich probiere das zu callen, aber wenn wir die Gegner pushen, sollen wir nicht übertreiben. Wir pushen die bis zum Rettungpunkt. Ich versuche direkt auf das Rettung zu schießen einmal. Halt die Fresse. Ich habe gegessen, was ich zu essen im Inventar hatte. Ich habe keine Ahnung, was davon stackt und was nicht. Aber ich habe einfach mal alles gefuttert. Vor allem habe ich instant diese Hate Potions geküttet. Ja, Mann. Ich habe nicht mal Munition. Jetzt fräst weg. Oh. Hallo, Maria. Horn, 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 Horn. Ja, aber man ist schnell. Sieht nach A aus. Wir bleiben noch auf B. Wir positionieren uns zwischen B und A. Oh, richtig geil hier oben, ey. Ich gucke mal auf andere Seite. Ich gehe auf andere Seite. Also ich bin jetzt bei einer Kanone. Ich gebe auch dann weiter dem Nies. Die sind C. Es sind 20 Leute bei C gerade. Okay, ich drehe um. Wir sammeln beim Baum. Ah, kommt ein bisschen was. Ja, C ist halt komplett überrannt. Kumpel 7 und 8 zu C. Echt ist bei C so viel Action. Ja. Wir pushen auf die Straße. Wir pushen bei A auf die Straße. 4K Schaden an zwei Leuten. Ich habe keine Schaden zu erzeigen. Jetzt muss ich mir eine neue Kanone suchen. Wenn Lino da drin sitzt. Ich gehe an die andere. Echt sind 4 Musketen, Lino? 4 Musketen. Ja, die schießen jetzt die Kanone kaputt. Warte, ich schieße ihn. Ja, ja. Ich glaube, das liegt an diesem Streamlabs-Gedöns, dass ich hier so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Jo, die Kanonen sind einfach fast eine Trugschuhe und nie anders. Ja, ja. Alle Heavys bei C auf dem Pumpbusch. Na, der ist weg. Ah, ist clean. Okay, alle Heavys. Ich gehe immer mit raus. Wir gehen zurück zu B, kein Problem. C braucht noch mehr nicht. Ich werde abgeschossen. Die wissen nicht, dass ich Heavys auch mal bin. Löst euch bei C und zieht euch zurück zu B. Wir sammeln bei B. Alle sammeln bei B. Ich verstehe nicht. Okay, kein Ding. Wir sammeln bei B auf der Kreuzung zwischen B und unserem Port. Zwei Kanonen sind hier schon mal kaputt. Ah, die Kanone ist besetzt. Schade. Soll ich hier rausgehen? Nee, nee, ich gehe auf die A-Kanone. Der hat keine Munition mehr. Ich bin leider von der Mauer gefallen. Ich komme nicht wieder hoch. Hoppala. Hinterhaken vergessen. Oh, jetzt bin ich irgendwie auf B. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir haben mich total verlaufen. Wir pushen jetzt in den Wald hier zwischen B und C. Wir sind ein paar, die sind hier zu weit vorne. Die gehen auf A. Wir brauchen auf A Hilfe. Ja, die umlaufen auf A. Scheiß auf den Wart zwischen B und C erstmal. Das wird der nächste A-Push jetzt. Diesmal nicht. Flix, da ist Flix. Gruppe 7 und 8. Let's go, Flix ist zwischen A und B. Nee, jetzt keine Ahnung. Wir rotieren alle zu A. Wir rotieren alle zu A. Let's go, da ist Flix. Ich gehe jetzt mit drauf, Alter. Ich schieße noch die Kanonelehrer. Ich schieße noch die Scheiß. Kannst du das sehen? Meine Fresse. Lass mal Flix fokussen. Immer noch die Gruppe zwischen A und B und C. Ja, aber ich komme mit. Wechsel doch jetzt auf den Scheißhammer. Ja, die fallen sehr gut. Gruppe 7 und 8. Votiert zu B. 7 und 8. Votiert zu B. Oh, Kanter's down. Nice. Jetzt schon. Ja, ja. Junge, ich bin jetzt schon wieder am Telefon. Von deren Forts. Bleibt nicht auf dem Punkt stehen. Pusht in die Reihen. Ich bin gescreamt. 20 Jahre lang. Probiert die Tanks auf dem Punkt zu ignorieren und pusht bei A auf die Straße in die Backline. Da sind die spüchigsten Fallen. Wir können um den Punkt weiten. Noch ist er nicht weit gecapt. Heiler können jetzt auf A sich auf den Punkt stellen und zurückcappen. Der Rest rückt weiter auf den Brassel. Oh, hier fallen alle. Der Mikro ist bei A. Der Moriaki. Hey, ich bin bei A. Der muss fallen. Nice. B. Ich hab hier richtig Spaß. Gruppe 7 und 8. Rotiert zu A. Gruppe 1 und 2. Rotiert auch zu B. Welche Gruppe sind wir 10, ne? Achso, Mauer. Der Rest bei A pushen. Nicht weiter pushen. Zurück auf den Punkt. Ach, wir sind auf der Mauer. Scheiße, hab ich doch gesagt. Nicht weiter pushen. Komm zurück auf A. Ich töte mal eben den hier, der Ocken 2. Ich weiß da noch ein paar Eistürme entgegen, dass uns nicht zurückziehen können. Ocken 2. Ihr seid doch dumm, wenn ihr da vorne sterbt. Ihr sollt nicht weiter pushen. Wie sieht's auf B aus? Oh, Neil, du brauchst du Hilfe? Ja. Was für Hilfe da? Ja, ja. Haut die 3, 4 Leute weg. Ich hab noch nie gehört, dass ihr sagt, ihr seid doch dumm. Sieht wieder nach dem A push aus. Bleibt nicht auf dem Punkt. Kommt hier auf die Folge, wo ich stehe. Ich hüpfe hier rückwärts von A weg. Geht von A weg. Wir sammeln hier hinten. Wir laufen weg. Wir freien da weg. Wenn Downs sind Downs sind Downs. Muss man Void Garnet ausrüsten, ey. Es geht gar nicht. So, links von A, neben dem Zaun. Da ist eine Gruppe. Da will ich jetzt Gravitys sehen. Neil, du hinter dir noch? Pass auf. Ja, ich mach'n Sack. Gruppe am Zaun. Wird das hier Tanks? Mit denen mach ich richtig in den Schaden. Wir sind in unserer Backline. Ja. Gehen her. Nice. Ich rechne die Senninne noch hier. Probiert Richtung Boundfire zu kommen. Richtung Boundfire. Rechts von A. Das Feuer. Bratschi hier. Wir pushen jetzt auf die Kreuzung vor unserem Fort. Bratschi, der läuft gerade rüber. Der läuft gerade weg. Damage in die Gravitys. Hier ist Flix wieder. Nicht weg. Flix, wir gehen in der Backline. Flix, wir gehen in der Backline. Sehr schön. Wir sammeln wieder an unserem Fort. Auf der Kreuzung an unserem Fort. Wir pushen jetzt auf A drauf. Ich fäll' allen Damage auf A in 3. Wo? 1. Damage auf den Punkt. Damage auf den Punkt. VW sind zwei scharf. Wow, ich hab hier sechs Leute. Wow, wir sind richtig viel in der Backline. Wir haben im LK in der Switch. Wir sollen die mal kaputt machen, sind es beschäftigt. Totschnecht. Sieht's auf B aus? Mist, dann. Aue. Bin wieder da. Auf G-Mor. Ah, der schadet's weg. Richtig geil, eigentlich. Hier, cap's in each, cap's in each, cap's in each. Gruppe 1, 2. Und 7 und 8. Und hier zu B. Gruppe 1, 2 und 7 und 8. Und hier zu B. Ja, ich hab' ich stand, komm. Da stehen zwei Dudes auf dem Punkt. Auf B. Guck mal, nein. Wir wollen wieder hinter dem Punkt vor unserem Fort. Knal. Kill den N hier. Wir stehen da richtig schwer. N, Wolfhard. Nice, das ist tot. Linksseite, linke Seite viel. Links von A sind ein paar bei uns in der Backline. Kommt wieder auf die Kreuzung, hinter A. Da wollen wir uns wieder sammeln. Ja, die kommen alle von links. Auf der Kreuzung, hinter A. Aber da kommt ein richtig schöner Gravity gleich am Donnerstag von Feierabend. Eine oder zwei Gruppen müssen auf B bleiben. Vielleicht in dem Rücklein machen. Eins und zwei, ihr bleibt auf B. Sieben und acht, euch will ich, bei denen eine Backline haben. Ja, ich komm auf die Backline. Auf A. Und uns. Wir pushen jetzt über A hinaus. Wir pushen jetzt über A hinaus in die Reihen. Pusht auf die Straße. Was ist auf B? Einer, aber eine Gruppe, wer hier nah ist. Gruppe 1. Gruppe 1 rotiert zu B. Kommt so, wie es Donner kriegen will. Pusht nicht weiter. Pusht nicht weiter. Zieht euch zurück zum Punkt. Nein. Zieht euch zurück zu A. Ich bin auf dem Fahrladen. Wenn ihr auf dem Heiler hier, auf dem A nie irgendwas... Ja, ja, der ist auch von Link über. Let's go. Probiert wieder auf A drauf zu kommen. Löst euch vom Feind, kommt wieder auf den Punkt. Da war ich zu weit vorne. Ja, nö. Wenn wir gesplittet sind, können die uns farmen. Kurz mal den Monkey gehen. No front. Komm jetzt mehr auf B. Oh, die gehen nicht, die gehen nach A rüber. Kommt trotzdem meine Gruppe 1 und 2 bitte auf B. Wir sind jetzt gerade 10 Leute. Wir werden mehr jetzt gerade auf B. Wir sind jetzt gerade 10 Leute. Wir werden mehr jetzt gerade auf B. Gruppe 7 und 8. Ihr bleibt auf A. Der Rest rotiert zu B. Was? Sehr geil, wir... Am Arsch, Alter. Renne ich auf B jetzt. Wenn hier 25 Leute stehen. Boah. Ah, die cappen das aber. Ich lau mal rüber. Wir müssen B rollen, ne? Ja. Wir pushen hart auf den Punkt. Damage auf den Punkt. In 3, 2, 1. Damage auf den Punkt. Damage auf den Punkt. Jupp. Lass uns mal zwischen B und A ein bisschen platzieren. Ich brauche jetzt alle Heavys auf den Punkt. Alle Heavys auf den Punkt. Oh, ich bin voll in die... Heilung direkt auf den Punkt. Ich ging ins Reingaran. Gravity well. Ich bin... Boah, komm ich hier noch weg? Ich will wieder vollen Schaden auf den Punkt. In 3, 2, 1. Schaden und CC auf den Punkt. Heavy Attacks auf die... ...Tanks gefüllt. Oh, das lag schon wieder. Naja, bei mir auch gerade fallen. Oh, flicks wieder links von B. Sieht bei A aus? Ich sehe gar nicht was passieren. A wird fallen wahrscheinlich. Das ist Magi. Ich renne A. Der Rest rüber nach A. Jo, ich rotiere. Für Mosami. Guck mal, die haben... Guck mal, die haben... 1, 2 bleibt auf B. Der Rest rotiert zu A. Direkt auf den Punkt. Der Rest rotiert zu A. 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 Wir sammeln bei B. Wir sammeln bei B. Wir sammeln bei B. Die haben da 6 C-Trippings stehen. Ja. Die laufen an unserem Vorland. Ich will wieder schaden auf den Punkt. Wir müssen in unserer Backland. Erstens das. Und... Es war einfach ein kompletter falscher Call. Zwei Gruppen auf A zu lassen. Also ganz ehrlich. Wenn da 25 Leute vor A stehen. Die pushen hinten am Fort. Wir pushen jetzt auf unser eigenes Fort. In 3, 2, 1. Wir pushen auf unser Fort. Weil dann übrigens alle hinterher kommen. Ja, nice GG. Wir pushen bis zu unserem Fort durch. Komm alle hinterher vom Punkt. Er gibt gerade B auf. Er gibt gerade einfach so B auf. Ich halte den Punkt. Bis B halb gecapt ist, müssen wir das C4 haben. Hier ist Flix. So lange ist uns der Punkt egal. Rechte Seite Mitteltor. Er sagt doch sobald der Punkt die Hälfte durch ist und so schon, dass der Punkt im Ort ist. Wir sammeln auf der Kreuzung. Jetzt sagt er, wir sollen den Punkt halt da lassen. Wir pushen jetzt auf B. 3, 2, 1. Wir pushen links vom B. Links vom B in die Gruppe. Wir müssen auf den Punkt. Sonst ist der Auge gleich wieder weg. Nein, dann hauen die alle ihre AOWs rein und die an der Seite stehen. Das ist schon richtig so. Alle Heavys jetzt auf dem Punkt. Alle Heavys auf dem Punkt. Ich will Damage sehen auf dem Punkt in 3, 2, 1. Damage auf dem Punkt. Ich weiß nicht mehr wo ich bin gerade. Ah, hier. Schält euch alle auf dem Punkt bitte. Also ohne Witz, ich werde jedes Mal den Punkt zurückgewartet. Weil die weggehen. Ich sehe gar nichts mehr. Alle auf dem Punkt. Alle auf dem Punkt. Er hat mir die Waffe nicht gewechselt wie gehasst. Halt, Zirkel, Schaden, alles auf dem Punkt. Also laut Server bin ich noch auf dem Punkt. Laut Server bin ich noch auf dem Punkt. Ah ja, ich bin immer noch auf dem Punkt. Laut Spiel bin ich auch noch da. Ja, das kannst du so vergessen. Darf ich auch irgendwann. Jetzt bin ich tot. Das ist gerade einfach nur... Wir sind auch in Stärkung stabil. Wir müssen nur die Anzahl an Leuten sagen. Klingt das gut für uns aus. Sieht ganz gut für uns aus. Ich weiß nicht ob ich leben oder tot bin bei den Lecks. Ich guck mal ob wir noch eine Kanone haben. Ich würde gerne drauf schießen. Ich tick gerade einfach nur noch runter. Gerade. Also ich kriege gerade so viele Hammer ab. Das ist echt unglaublich. Kombiniert euer Schaden auf dem Punkt. In 3, 2, 1, wir sammeln den Sport. B ist gefallen. Wir sammeln den Sport. Ja, B ist gefallen. Ich kann nicht mal auf Fix mehr machen. Okay, ist... Ah, jetzt? Langsam? Alle in den Sport. Ich hatte keine Queue einfach. Alles! Digga! Was gibt denn da für Calls? Natürlich ist es klar, wenn alle Punkte gefallen sind, dass alle in den Sport gehen. Ja, lass auf eine High-Ground... Ach nee, ich bin die Einzige, die auf eine High-Ground gehen kann. Verteilt Inferno Fallen vor den Toren. Du hast die falsche Waffe ausgewählt. Ah, das ist gut. Hier noch gegen mich. Oh, nee, nee. Alle Kanonen da, ne? Ja, nicht High-Groundler auf eine Zeitung fixieren. Verteilt mich auf die Tore. Dicker Push im mittleren Tor. Dicker Push im mittleren Tor. Schaden ist mittleren Tor-Stand. Das ist halt Fakt. Lass mich durch die Tore durch. Kommt ein Push von hinten. Gruppe 7 und 6. 7 und 8. Hinteres Tor. 1 und 2. Linkes Tor. Der Rest mittleres Tor. Ich geh unten drauf. Die ballern doch schon wieder mit Artillerie hier rein. Lass mich hier doch durch, ey. Die Weapons kaputt noch nie, die da hinten platziert haben. Seid ihr jetzt hier? Alter, hinter dir stehen zwei Leute. Guck mal, die stehen da mit sechs Feiertöpfen oder so vor dem Tor. Ja, die stehen auf jeder Seite mit zwei Töpfen oder so. Nee, direkt vor dem Mittleren Tor. Hey, guck dir das mal an. Versteht euren Schaden auf den Punkt. In 3, 2, 1. Schaden auf den Punkt. Dicke, es steht halt gar kein, kein Schwanz steht auf dem Punkt. Steht nicht auf dem Punkt. Cleart die Leute um den Punkt herum. Dicke. Das gibt ihr für Colt. Ihr seid ein einfaches Stil für die, will die einfach auf dem Punkt werfen. Ja, die sind hier schon auf dem Highground mit drauf. Rechts vom Punkt ist ne große Gruppe. Ja. Rechts am Punkt ist ne große Gruppe mit Kari und so. Da will ich nämlich nichts sehen und Schaden nehmen. Junge, wie lange bin ich denn bitte? Das ist das schon wieder. Oh Gott, der Punkt. Ja. Wir drücken jetzt auf den Punkt. Ich will allen Schaden auf den Punkt. 3, 2, 1. Schaden auf den Punkt und Heavys auf den Punkt. Es lag einfach schon wieder auf den Punkt. Schaden auf den Punkt und Heavys auf den Punkt. Also wirklich, wenn ich Platz 80 bin, ne. Alle Heavys auf den Punkt. Dann lache ich die halt wirklich alle aus. Ich kann hier eins, will nach dem anderen, will auch so gerade. Das ist einfach. Ja, bei mir funktioniert ja auch gar nichts mehr. Aber egal, einfach alles, ob es geht. Ja. Drückt einfach auf den Punkt. Ich hab einfach nur ein Standbild. Wir können nichts machen außer auf den Punkt zu bleiben. High-Kreise, Damage, CC, alles auf dem Punkt. Geht innen aber genauso. Die stehen hier komplett still neben mir. Ja. Ich habe K1 in 12 eingestellt. Ich bin dann nochmal gestaunt. Oh, nö. Oh, oh, oh. Ich sehe nichts. Oh, wir kämpfen wieder zurück. Nice. Das ist eine große Gruppe im mittleren Fork. Im Durchgang. Ich hab gerade. Oh, wir haben überlebt. Wuppe 1, 2, haltet die Zinsauber. Ich lebe. Was hat er gerade gesagt? Haltet die irgendwas sauber. Die Zinsauber, ja. Ich glaub da oben drauf. Die Mauer. Ja, ja. Die Mauer. Ja, ja. Meine Güte. Die sind aber auch hartnäckig. Alle die Chonen sind. Schaden und CC ist ein mittlerer Hauptkorb. Ich glaube hier. Oder ist sowieso. Die Zinsauber!!! Der Bewd Was ist sowieso? Ah, hier ist mein Hehlkreis. Ah! Ich hab so meine Probleme mit denen wir auf dem Spot kommen. Ich will jetzt schaden auf unseren Respawn. Schaden auf das Gesicht auf dem Respawn. Jeder, der von dem fällt, muss weiterlaufen als Bier. Ich reiß nach hinten durch auf diesen komischen Feuertopf. Sorry, dass ich keine Ahnung wo du bist. Wir kommen ja leider auf den Punkt. War eigentlich in der Safe Zone hinter mir. Gruppe 1 und 2 kämpft für unseren Respawn. Und der Rest muss jetzt auf den Punkt. Ich bin ein Schaden auf den Punkt. Das kann ich nicht gewesen sein. Ich hab gerade 4,3k heal gekriegt. Das bist du gewesen. Kurz bevor ich gestorben bin. Wir brauchen jetzt alle unsere heaviesten Punkte. Es ist aber so dämlich. Man sagt einfach einen Caller pro Gruppe an. Anstatt jeden einzelnen zu bieten im Discord. Tinkt wieder für uns. Sehr schön. Dicke Stream am Hauptort. Das war jetzt 10 Minuten zu weitergegangen. Das können wir schon durchhalten. Aber das hätte ich glaube gar nicht so weit kommen müssen. Ja. Yep. Hat alles damit angefangen als er die Leute in die Berglein gepushten lassen hat. Sehr gut Leute. Und keinen Aufpunkt mehr hatte. Ja. 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 Wir alle holen, glaube ich, hier vorne. Haltet eure Gravities für das Haupttor, für das mittlere Torgemeinsen, wo ich pushen wolle. Oh, das wurde abgebrochen. Du bist tot, steht alleine, der muss fallen. Fast tot. Oh, da ist alles voll. Ruppe eins und zwei geht nach links. Safe nicht, aber... Ja, aber nicht so wie hier Haupttor, ne? Der hilft runter, okay. Super. Oh, ey. Irgendwas voll ins Gesicht bekommen von der Kanone da draußen. Der macht... Ex-Spieler, hier hat er gebraucht, da hier runter. Okay. Hauptsache, zum Zweiten einfach. Wir müssen hier mal runter. Oh, ja. Ich bin wieder unten. Ruppe eins, zwei, drei, vier, rechtes Tor, der Rest linkes Tor. Da draußen steht schon wieder ein Feuertopf. Eins, zwei, drei, vier, rechtes Tor, der Rest linkes Tor. Flexible, die Knopfloch, er gibt alles. Rot. Gibt es überhaupt. Resmo, durchsicht. Aber wir sollten wieder hochgehen, das steht schon. Ja, ja. Jetzt lohne ich noch, gehts. Hier hoch. Kommt mit? Ja, das ist gut, muss fallen. Hier oben Redox direkt. Es stehen vier Kanonen vor dem Tor. Heiler steht Heiler, ganz alleine in Ruhe rum. Erstmal rechtes Tor und Kanonen. Der Trapier. Ich nerv den hier einfach, der soll hier nichts machen. Jetzt ist jeder Kill für uns, gleichzeitig sehr viel Zeit für uns. Ja, stimmt. Da lüft wieder einer runter. Der rennt einfach weg. Rechtes Tor ist alles voll, ne? Ich hab ihn gestunnt. Rechts ans Tor, die kommen durchs rechte Tor. Gruppe 1, 2, 3, 4, 5 notiert zum rechten Tor. Ich hab da jetzt noch oben viele aus dem Horn von den... Wer da hinten, ich komm. 1, 2, 3, 4, rechtes Tor. 6, 8 und 9, linkes Tor. Wir sind wieder auf unserem Respawn-Primer am Loop-Tor. Junge, Mitte! Oh, ich hasse ihn, Alter. Meine High-Fächer, Connor. Danke. Wir müssen dich hier klären. Ich komme. Ich kann mir eigentlich einen Sperr mit einem mit 3K machen. Aufstärken und drin. Nee, äh... Crazy, Alter. Ich hab nie, Johann. Eine High-Fläche, Connor. Ich hab die Flicks, ich hab die Flicks. Nice. Nice. Der andere Respawn. Eins, zwei, drei. Rechtes Tor. Vom rechten Tor kommt viele, die pushen jetzt auf den Punkt. Kümmert euch um die. 26 Respawn. Wir haben Respawn 20. Wo seid ihr gerade? Respawn 20. Alle, die jetzt oben hier sehen, ja. Kehlen die Typen, die auf unserem Respawn stehen. Die kämpfen beide wie vorhin. Na, shit. Dann geh ich mal zum Respawn. Ja, ist Respawn clean. Wir sind noch clean. Respawn in fünf. Respawn ist eigentlich gecleared. Ja, Respawn sind gecleared. Sehr schön, die fallen. Junge, einmal nur gestorben. GG, sag ich gerade, ey. Eins, zwei, drei, vier. Rechtses Tor kommt wieder hoch. Kommt vom rechten Tor auf unseren rechten. Wo bist denn du gerade schon? Rechts. Rechts. Geht die Leute auf unserem rechten Respawn. Eins, zwei, rechtes Tor. Stehen sechs Leute oben. Vier, fünf. Linkes Tor. Aus dem linken Tor pushen jetzt andere auf den Punkt. Scheiße. Als ob sie geben. Holy shit. Was? Ich bin tot. Wohl einmal weggeräumt. Ja, da oben. Wir müssen wieder da hoch. Da oben sind zu viel. Warte, es kommt welche von uns hoch. Ich hab ungefähr acht Pfeile in den Kopfbuch. Ja, das Problem ist einfach, wenn ich hier runtergehe, dann ist der Punkt halt komplett zwei. Einer muss mal kurz kommen. Ja, stimmt. Ich bin Respawn. Ich geh wieder hoch. Ich geh auch hoch. Oh nein. Kommt, 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 kommt. So, ich bin wieder da. Wir pushen jetzt auf den Punkt. Wir pushen jetzt auf den Punkt. Ich will Schaden auf den Punkt und danach kommen unsere Heavys. Schaden in drei, zwei, eins. Sehr schön. Schaden und CC auf den Punkt. Ich brauche die Milis jetzt auf den Punkt. Ich glaube ich sterbe hier. Ja, ich bin tot. Aua. Die schießen immer noch von draußen rein mit irgendwelchen Belagerungswerfen. Ja. Aber das tickt jetzt ziemlich gut. Alter. Die haben uns komplett geräumt. Alle Milis auf den Punkt. Ja, RIP. Alle auf den Punkt. Tschüss. Tschüss, Intermesser. Das ist Brackwasser. Intermesser ist bestimmt schon weg. Ja. Ich finde es ja okay, den Krieg zu verlieren. Aber ihn zu verlieren, weil sich nichts bei mir bewegt, ist halt irgendwie scheiße. Es ist die ganzen letzten Kriege schon so gewesen. Ja, wenn man das mit Absicht auslöst. Ich hau ab hier. Ja. Die benutzen auch nur ihre Spells und dann fängt der Server an zu machen. User disconnected from your channel. Scarsig. 0.176